Weil er so viel schneit, dass er mit dem Vater noch nicht mehr in den Kaffee kommt. Woher hat er das eingefahren? Das ist die Vorfahrt mit einem... Dann hat er wieder ab und wieder auf den Kinken. Ja. Und wenn der Musse gibt, ob ich kinken, ne? Das kann auch gut sein. Ich Hochte. Dann hat er es Spaß gehabt gehabt.